Uns ist es wichtig, dass Sie sich bei uns zu Hause fühlen können. Denn gute Pflege heißt bei uns nicht nur professionelle Versorgung, sondern auch gute Betreuung. Wir verstehen darunter, Ihre Selbstständigkeit und Mitbestimmung zu erhalten und zu fördern. Hierzu gehören selbstverständlich die Besuche Ihrer Angehörigen, Freunde, Bekannten und Gäste. Ein professionelles Pflegekonzept und qualifizierte Mitarbeiter gewährleisten eine auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege, hauswirtschaftliche Versorgung und beste Betreuung. Unser Haus umfasst 80 multifunktionale Pflegeplätze, einschließlich zweier Kurzzeitpflegeplätze. Sie setzen sich aus 72 Einzel- und vier Doppelzimmern zusammen. Die Einzelzimmer liegen bei 21,88 Quadratmetern inklusive behindertengerechter Nasszelle. Die Zimmer sind hell und freundlich eingerichtet. Die Ausstattung des Seniorenzentrums ist modern und entspricht den neuesten Standards. Auf jeder der drei Wohnetagen befinden sich Aufenthaltsräume, die im Stil der 20er Jahre eingerichtet sind. Jeder Wohnbereich verfügt über eine Küchenzeile, von der aus die Mahlzeiten organisiert werden. Zudem gibt es auf jeder Etage ein bis zwei eingerichtete Wohnzimmer mit gemütlichem Mobiliar- und Fernsehanschluss. Das gesamte Haus ist barrierefrei. Alle Zimmer haben PV-Anschluss und Telefon mit direkter Durchwahl auf die Bewohnerzimmer. Das Leben menschlich gestalten spiegelt sich als ständiger Leitgedanke in unserem Seniorenzentrum wieder. Die Zufriedenheit unserer Bewohnerinnen ist der Maßstab für die Qualität unserer Arbeit. Wir ermöglichen ihnen ein aktives und selbstständiges Leben nach ihren Bedürfnissen. Unsere Mitarbeiter sorgen dafür, dass jedem, der hier wohnt, eine individuelle und optimale Betreuung zukommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017